Ich will dann mich eigentlich rechts rumdrehen auf meinen starken rechten Fuß und hinter mir steht Marco Bode, der ruft Oliver andersrum, hierher. Also habe ich mich andersrum gedreht und habe einfach blind abgezogen. Natürlich wusste ich ungefähr, wo das Tor ist, habe die Reaktion gesehen. Ich sage immer spaßeshalber, der Ball war auf dem Spielfeld für mich weitaus schwieriger zu halten, als es im Fernsehen manchmal wirkt. Also er hatte schon eine gewisse Härte und Effet. Aber dann war natürlich pure Freude da und das komische ist auch, ich habe weder vorher noch hinterher in meiner Karriere jemals das Trikot ausgezogen, aber in dem Moment war mir wohl klar, jetzt fällt die ganze Last ab und habe dann das Trikot ausgezogen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.